Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Foto, die Story. Heute geht es um dieses Bild hier von der Engelsburg in Rom runterfotografiert Richtung Petersdom. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Frank Fischer, ich bin Fototrainer und Inhaber der FF-Fotoschule. Wir machen Fotokurse und Fotoworkshops in 25 deutschen Städten mit einem Fototrainerteam von etwa 20 Männern und Frauen. Und wenn ihr hier unten einfach mal klickt, dann kommt ihr zu unseren Workshops und unseren Fotoreisen. Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr hier oben unter Beste Fotoschule von Welt den Kanal abonnieren würdet. Dann verpasst ihr kein Foto mehr auf dem Kanal. Und viele von euch wissen es schon, die, die die Videos hier regelmäßig sehen, wir senden zweimal die Woche ein neues Video. Immer am Mittwoch ein Fototutorial und immer am Samstag, 14.30 Uhr, Bildbesprechung Samstag. Ich bespreche eure Fotos. So, jetzt gucken wir uns das Bild hinter mir einmal an. Das Foto ist entstanden im Juli 2014. Ist also nicht mehr so ganz frisch. Trotzdem top aktuell bis auf so ein paar Kleinigkeiten. Und zwar ist es ein Bild, was ich runterfotografiert habe von der Engelsburg in Rom in Richtung Petersplatz und Petersdom. Auf einer unserer Fotoreisen zusammen mit Teilnehmern, denen ich gezeigt habe, wie man bei Tag Langzeitaufnahmen macht. Nun könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich vorstellen, Juli, Rom, erstens. Es war unerträglich heißes Wetter. Das Gute daran war, viele der Römer waren nicht in Rom, sondern außerhalb. Ihr wisst es, viele der Römer verlassen im Sommer die Stadt, um dann aufs Land und Richtung Küste in die Landhäuser zu fahren. Und dann ist die ganze Stadt ein Ticken leerer. Und es kommt hinzu, natürlich fahren auch nicht ganz so viele Touristen im Juli nach Rom. Auf der anderen Seite, wir fahren ja dieses Jahr im Oktober auch noch zweimal nach Rom und nächstes Jahr im Frühjahr schon wieder. Ich würde im Juli mit einer Reisegruppe nicht mehr fahren, weil es war kurz vor Wüste. Also wirklich heftig warmes Wetter. Und wir gehen eigentlich immer auf die Engelsburg, weil das einfach ein cooler Platz ist, um von oben runter Richtung Petersdom zu fotografieren. Das ist eigentlich immer ein Besuch wert. 2014 war dann das erste Mal, dass ich vor Ort das Thema Graufilter bei Tag erklärt habe. Ich selber habe das häufig auch in der Vergangenheit gemacht, aber auf den Fotoreisen eher selten und in Rom bisher gar nicht. Das heißt, 2014 habe ich die Teilnehmer genommen und gesagt, pass mal auf, wer da Bock drauf hat, kommt hier mit her. Ich erkläre euch, wie das Ganze geht. Und dann könnt ihr genauso ein cooles Foto machen wie ich. Wir hatten eine Gruppe dabei aus zwei Fotografinnen und drei Fotografen. Und ja, ein Fotograf und zwei Fotografinnen waren hellauf begeistert und die anderen beiden Fotografen hatten nicht so richtig Bock da drauf. Erstens haben die relativ viel Equipment da auf die Engelsburg hochgeschleppt, weil sie immer viel Equipment dabei hatten. Und es war halt unendlich heiß und wollten sich nicht auf meinen Tipp verlassen, möglichst nur das kleine Besteck irgendwo mit hinzunehmen. Und gleichzeitig, glaube ich, war es auch nicht so richtig ihr Thema. Insofern völlig in Ordnung. Man muss allerdings wissen, diese Langzeitbelichtung bei Tag können ein bisschen dauern. Und wie war das Ganze jetzt? Wir hatten ein kleines bisschen Glück, weil überhaupt Wolken vorhanden waren und gleichzeitig zogen die auch in unsere Richtung, was immer eine sehr schöne Richtung ist für das Thema Langzeitbelichtung, wenn man Wolkenstrukturen einfangen möchte, wenn die einem entgegenkommen oder von einem wegziehen. Es sieht lange nicht so gut aus, wenn die querziehen. Das Aber dabei ist, es war verdammt wenig Wind. Eigentlich war es windstill. Das heißt, die Wolken zogen nicht besonders weit. Und das seht ihr ja die ganze Zeit auch im Hintergrund schon eingeblendet. Und das ist ja nicht besonders viel Wolkenzug im Bild. Und es ist jetzt recht nicht dann viel Wolkenzug im Bild, wenn ich euch sage, dass die Belichtung fast 20 Minuten gedauert hat. Jetzt fragt ihr euch höchstwahrscheinlich, wie kann das sein, dass eine Langzeitbelichtung bei Tag fast 20 Minuten dauert? Ich habe zwei Graufilter voreinander, bei uns und die Teilnehmer auch. Das heißt, ich hatte erstmal einen Bigstopper davor. Das ist ein 10-fach Graufilter. Und ich habe natürlich vorab die Belichtung schon mal angemessen gehabt. Und da kann ich euch mal kurz die Parameter sagen. Auf dem Vorabbild, was im Übrigen jetzt auch hier oben eingeblendet ist, war bei Blende 8 eine 320. an Licht vorhanden. Wenn wir das jetzt runterrechnen bei 10 Blenden, immer eine Verdopplung. 320, 160, 80, 40, 20, 10, 5, 3, 0,6, 1,3, 2,5 Sekunden. 2,5 Sekunden ist für vorbeiziehende Wolken nicht so ein richtiger Hammer. Selbst wenn ihr stark Wind hier im Norddeutschland habt, sind 2,5 Sekunden quasi nichts. Also musste ein weiterer Filter davor. Der zweite Filter war ein variabler Graufilter. Und wie sich dann hinterher herausstellte, einer, der auf etwa sieben Blenden eingestellt war, muss man dazu sagen, bei diesen variablen Filtern ist das Ablesen des realen Wertes, wie weit er abdunkelt, an der Skala eher so ein bisschen rudimentär. Das heißt, wenn wir jetzt mal wieder davon ausgehen, dass wir schon 2,5 Sekunden mit dem Bigstopper hatten, kommen bei sieben Blenden dazu. 5 Sekunden, 10 Sekunden, 20 Sekunden, 40 Sekunden, 80 Sekunden, 160 Sekunden, 320 Sekunden. Jetzt sagt ihr 320 Sekunden. Frank, keine 20 Minuten. Ihr habt vollkommen recht, ich habe noch zwei Blenden abgeblendet. Auf Blende 11, dann sind es 640 Sekunden und dann auf Blende 16, dann sind wir bei 1.280 Sekunden. Das sind ungefähr 20 Minuten, nur so roundabout. Und so habe ich dann belichtet. Ja, jetzt gab es ein Problem bei der ganzen Nummer. Das Problem war, am Abend vorher, und ihr wisst es, Workflow aneignen. Am Abend vorher waren wir zur Nachtfotografie unterwegs. Und bei den normalen Belichtungen der blauen Stunde empfehle ich immer, den Darkframe, also die Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung in der Kamera zu deaktivieren, weil das normalerweise beim ISO-Wert von 100 nicht nötig ist. In diesem Fall ist es so gewesen, dass es sehr nötig gewesen wäre, besonders weil es so unendlich heiß war. Ihr dürft ja nicht vergessen, wir hatten da in der Sonne, wo die Kameras lagen, und die lagen auf der Brüstung der Engelsburg, ich glaube, 45 Grad. Und diese schwarzen Kameragehäuse waren vielleicht sogar noch wärmer als 45 Grad. Das hat dazu geführt, dass da ein irres Rauschen im Bild ist. Und ich hätte mir gewünscht, ich hätte den Darkframe an. Auf der anderen Seite die beiden Kollegen, die eben nicht mitfotografiert haben, die drängelten schon, sodass auch keine Wiederholung möglich war, was, glaube ich, die beiden Mädels ganz gern gemacht hätten. Nichtsdestotrotz, coole Location, cooles Bild, coole Erinnerungen da dran. Ich zeige euch jetzt noch ein, zwei Bilder, die im letzten Jahr entstanden sind auf den Romreisen, mittlerweile mit der Olympus OMD und dann auch im Live-Composite, sodass ich mit viel kürzeren Belichtungszeiten arbeiten kann und trotzdem die Wolkenstruktur aufnehmen. Es lohnt sich in jedem Fall. Und im Frühjahr 2017 sind auf unserer Romreise auch noch Plätze frei. Jetzt sage ich, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Beste Fotoschule von der Welt, den Kanal abonnieren. Hier unten Fotokurse, Fotoworkshops angucken. Und wir sehen uns wieder, ihr wisst es, am Samstag zum Bildbesprechungssamstag oder nächste Woche hier wieder mit einem Fototutorial. Macht es gut, auf bald. Tschüss, tschüss. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, hier oben Beste Fotoschule von der Welt, den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr keine Bildbesprechung und auch kein Mittwochstutorial. Beide Playlists auch hier unten eingeblendet. Hier an der Seite findet ihr unsere Fotokurse, Fotoworkshops und Fotoreisen in 25 deutschen Städten. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier oder bei einer der Veranstaltungen sehen würden. Auf bald. Tschau, tschau.